Der Windpark in Altertheim bekommt Zuwachs. Am Montag, den 24. November, gab es die sogenannte Hochzeit bei einer von drei Windenergieanlagen vom Typ Nordex N117. Dabei handelt es sich um die Montage der Gondel und des Rotorsterns auf einer Narbenhöhe von 141 Metern. Wir werden heute den Stern ziehen, und zwar die Narbe mit den Flügeln zusammengebaut, mit dem Hopkran, 1000 Tonnen Kran, bis hochziehen und dann vorne an die Gondel anschrauben. Die Anlage mit einer Gesamtleistung von 7,2 Megawatt werden laut Prognose rund 19 Millionen Kilowattstunden Ökostrom jährlich produzieren. Die Windenergieanlagen werden von der Green City Energy AG entwickelt und Ende 2014 an die Kraftwerkspark 2 KG übergeben. Das Investitionsvolumen liegt bei 4,2 Millionen Euro. Die Aktion Zeichensätzen würdigt jedes Jahr Menschen und Initiativen, die sich ehrenamtlich in der Region betätigen. In diesem Jahr fanden sich ca. 150 Besucher in der Kunsthalle Schweinfurt ein. Unter anderem auch Sozialministerin Emilia Müller, die die Veranstaltung als Festrednerin unterstützte.